leute dieser youtube kanal wird das mal stillgelegt meine lessons kommen auf twitch auf groß fans ich werde jetzt einfach neun kanal starten da wird das mal stillgelegt private gründe hat es wenn ihr auf meinem neuen account youtube kanal dem werde ich es nicht verlinken das hat alles seine gründe der neue kanal heißt lost lehrzeichen kanu ich werde alles hier noch ändern ja er beginnt freunde ich weiß nicht was sie los ist und keine place von aber aber alle sind auch epic irgendwie ich kann ich kann euch mal meine points zeigen ich werde nächste woche dann halte kopf wieder stream check das aus vergessen nicht meinen kanal zu abonnieren für weitere videos